Ganz recht herzlich willkommen zurück hier auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jonathan Nagle und lass uns heute mal Produkte sprechen, die du auf keinen Fall in deinem eigenen Dropshipping-Shop verkaufen solltest. Weil manchmal ist es einfacher eine Liste mit Dingen zu machen, die man nicht tun sollte, als eine Liste mit Sachen, die man tun sollte. Deswegen werde ich dir heute auch nicht irgendwelche konkreten Produkte mit auf den Weg geben. Das heißt, ich werde jetzt nicht über 5 oder 10 Produkte sprechen und sagen, ja, die solltest du auf keinen Fall verkaufen, weil ganz ehrlich, da draußen gibt es so viele Produkte und diese 5 bis 10 Produkte, die ich dir jetzt hier zeigen würde und sagen würde, die solltest du nicht verkaufen. Das ist mehr ein Tropfen auf dem heißen Stein, als es dir wirklich was bringt. Und zudem wäre das Video so natürlich nach, naja, 3 oder 4 Monaten schon wieder nicht mehr aktuell, weil, naja, es kommen ja auf täglicher Basis irgendwelche neuen Produkte raus, die man theoretisch online verkaufen könnte. Deswegen möchte ich dir mehr auf so einer Meta-Ebene mit auf den Weg geben, auf was du achten solltest bei der Produktsuche. Also was so mehr oder weniger Red Flags sind, könnte man so sagen. Also was so Kriterien sind, wo man denkt, wenn die gegeben sind, dann soll ich das Produkt eher nicht verkaufen, und dann sollte ich eher die Finger davon lassen. Und genau diese Kriterien möchte ich dir mit heute auf den Weg geben. Deswegen lass uns keine Zeit verlieren und direkt einsteigen. Die erste Sache, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist diese ganze Sache von designbehafteten Produkten. Was ist für mich alles designbehaftet? Zum Beispiel Schmuck, super designbehaftet. Jede Form von Kleidung gehört für mich auch dazu. Also diese ganzen Sachen, die in Richtung Mode gehen, auch Handtaschen. Weil super viele Leute, gerade Männer, die denken, wenn sie irgendwas verkaufen wollen, ah ja, welche Zielgruppe könnte ich haben, wer kauft denn viel? Ah ja, Frauen. So, Frauen, was kaufen Frauen? Ja, Handtaschen. So, und dann fangen sie an, Handtaschen online zu verkaufen. Das ist halt der größte Fehler, den man machen kann, gerade im Bereich Dropshipping, weil keiner deine Handtasche von irgendeiner unbekannten Marke kaufen wird. Das heißt, grundsätzlich wirst du super schwierig haben, im Bereich Handtaschen irgendwas zu reißen. Und das gilt halt für alle diese designbehafteten Sachen. Weil designbehaftete Sachen halt nun mal gerne von Leuten gekauft werden, die Wert auf Design liegen und damit auch Wert auf die Marke legen. Ich würde mir jetzt auch keine Replika von Rolex ohne Rolex-Logo kaufen, aber ich möchte ja eine echte Rolex tragen. Von daher ist es super sinnlos, wenn du jetzt anfängst, irgendwie Uhren online zu verkaufen. Und dasselbe ist es halt mit Schmuck, dasselbe ist es mit jeder Form von Kleidung, abgesehen davon, dass Kleidung sowieso Retourenquoten von über 50% hat. Und du möchtest nicht bei dir zu Hause so ein kleines Retourencenter aufmachen, wenn du irgendwas zurückbekommst. Das heißt, jede Sache, die stark designbehaftet ist, das heißt, wenn es mehr darum geht, wie sieht das Ding aus, als mehr, was ist die Funktion. Weil der Schlüssel zu deinem Erfolg im Dropshipping mit dem richtigen Produkt ist, dass du die richtigen Produkte nimmst. Und was sind die richtigen Produkte? Das sind die Produkte, die meistens ein Problem lösen, die irgendeinen Wow-Effekt haben. Und das sind nicht halt Produkte, die designbehaftet werden oder nur wegen oder aufgrund des Designs gekauft werden. Weil solche Produkte sind häufig dann auch stärker emotional aufgeladen, was dazu führt, dass die Preisbereitschaft mehr damit zusammenhängt, ja, was ist denn jetzt der emotionale Wert? Weil eine Uhr für, weiß ich, 50.000 Euro kann nicht mehr als eine Uhr für 500 Euro, meistens zumindest. Und von daher sind solche Sachen halt stark emotional aufgeladen. Und gerade am Anfang hast du ja nicht das Kapital, um deine Marke sehr stark bekannt zu machen. Oder dass halt Deutschland die jetzt kennt und du diese deswegen emotional mit einem hohen wahrgenommenen Wert aufwerten kannst. Na, das heißt, du musst dir überlegen, es wird immer der wahrgenommene Wert verkauft oder gekauft vielmehr. Na, deswegen ist es auch ein großer Anfängerfehler, den ich bei vielen Leuten sehe. Und das ist auch die zweite Sache, die ich mit auf den Weg geben möchte, ist, dieses richtige Pricing zu wählen. Weil Preise haben im wenigsten Fall damit was zu tun, was ja der tatsächliche Wert eines Produkts ist, sondern es ist der wahrgenommene Wert. Das heißt, wie groß ist der Schmerz, den ich damit lösen kann? Das kann man zum Beispiel gut verdeutlichen, wenn du jetzt an eine Pille gegen Krebs denkst. Stell dir mal vor, was wird es geben? Du wirst zu einem Krebspatienten hingehen und sagen, hey, guck mal, ich habe die Pille gegen Krebs für dich. Oder zu der Versicherung gehen und sagen, hey, guck mal, für 10.000 Euro verkaufe ich die dir. Und du hast ein, weiß ich, jetzt Leben, das kannst du ganz normal leben, so ohne alle Einschränkungen. Dann wird diese Person natürlich bereit sein für eine ganz, ganz kleine Pille. Gegen für eine Pille 10.000 und wahrscheinlich Millionäre sogar 100.000 und 500.000 Euro dafür zu bezahlen. Das heißt, es ist immer der wahrgenommene Wert, wie hoch ist der Schmerz? Und das Problem ist, dass du halt gerade bei diesem, um ein bisschen die Brücke zu schlagen, bei diesem Schmuck und bei diesen anderen Thematiken, hast du eben diesen hohen wahrgenommenen Wert erst mal, weil sich halt viel um die Marke dreht, viel um das Image dreht, was ich verkörpere. Das ist wie, wenn du jetzt anfangen würdest, irgendwie eine neue Automarke aufzubauen. Das ist auch nichts, was du irgendwie im Handumdrehen mal schnell machen kannst zwischen Tür und Angel. Das heißt, erste Sache, solltest du grundsätzlich Abstand halten von irgendwelchen designbehafteten Sachen, die auf jeden Grund vom wahrgenommenen Wert gekauft werden. Das ist auch deswegen eine zweite Sache. Der wahrgenommene Wert wird gekauft. Das heißt, Pricing hat nicht unbedingt was mit der Qualität an sich zu tun. Klar, du kannst keinen Schrott für einen überteuerten Preis verkaufen, weil dann wirst du Retouren erzeugen. Aber es ist halt oftmals, dass der Preis einfach nur was ausgedacht ist, was nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat. Dann dritte Sache ist zu große, zu sperrige Sachen. Ich erlebe immer, wie Leute, die gehen so in dieses Inneneinrichtungsding, wollen dann irgendwelche Möbel verkaufen, irgendwelche Tische, irgendwelche Stühle. Und ich kann dir versichern, dass du immer bei solchen Sachen immer diese Speditionsthematik hast. Du arbeitest dann mit irgendeinem Lieferanten zusammen, der Lieferant schickt es dann raus, dann geht unterwegs, weiß ich, fällt das Ding vom Laster oder sowas, dann kommt das halbbeschädigte beim Kunden an, dann ruft der Kunde dich an, ist unzufrieden. Du hast so ein großes Problem mit dem Versand, allein schon, weil diese ganze Speditionssache halt ultra komplex ist und du ja nur irgendwo so in der Mitte zwischen deinem Händler und dem Endkunden hängst und nicht wirklich da ja was ausrichten kannst. Das heißt, es ist immer super sinnvoll, wenn du ein Produkt hast, was halt einfach schnell zum Kunden kommt, was so eine Schuhkartonsgröße, sage ich immer gerne, hat, was man einfach schnell ganz typischerweise per DHL verschicken kann und nicht was, was halt per Spedition angeliefert werden muss, wo auch die Leute dann extrem pingelig sind, weil wenn ich mal ein Regal kaufe für 3000 Euro, dann bin ich auch super pingelig, ob da jetzt ein ganz kleiner Kratzer drin ist oder nicht. Wenn ich ein Produkt für 50 oder 100 Euro kaufe, dann denke ich mir so, ja, was soll's. Also grundsätzlich von zu großen Sachen als auch von zu kleinen Sachen, das ist übrigens genau das Gegenteil, solltest du auch Abstand halten. So kleine Sachen kannst du nicht zu einem ausreichenden Preis verkaufen, gerade aus dem Hintergrund, weil kleine Sachen kann man im Regelfall nicht teuer verkaufen, außer du, da sind wir wieder bei Punkt 1, du hast diesen wahrgenommenen Wert irgendwie. Das heißt, du bist da in so einer Zwickmühle drin, das heißt, das Produkt sollte schon irgendwie eine gewisse Größe haben und auch einen gewissen Wert einfach für sich verkörpern können, ohne dass du darauf angewiesen bist, diese Marke jetzt emotional aufladen zu müssen, um überhaupt vernünftige Preise dafür abgerufen zu müssen. Also es zum Beispiel mit diesem magnetischen Nasenringen gibt's, statt man sich ein Piercing macht, zweimal zeitlang ein Dropshade-Produkt, konnte man sich das so magnetisch hier irgendwie in die Nase, weiß ich, und aufgrund der Magnetkraft hat das eben drin gehalten. Das ist ein cooles Produkt und das hat bestimmt auch einen gewissen Wow-Effekt, weil ich muss mir kein Piercing für immer stechen und ich kann das Ding einfach rausnehmen, wann ich möchte. Aber das Problem ist, keiner wird das für mehr als wahrscheinlich 20 Euro kaufen, weil es halt so klein ist. Von daher ist es dann halt auch wieder ein schlechtes Dropshade-Produkt, weil deine Marge brauchst du ja auch. Du musst rechnen, du hast irgendwann Käufe oder Kostenverkäufe von vielleicht 5 bis 10 Euro und dann ist es halt super schwierig, wenn dein Produkt nochmal 6, 7 Euro im Einkauf kostet, dann überhaupt mit Umsatzsteuer profitabel zu werden. Das schaffen die Allerwenigsten. Deswegen ist es halt schwierig, wenn du ein Produkt machst, was zu klein ist oder halt wiederum zu groß, wo es dann wieder zu kompliziert zum Verschicken ist. Dann der nächste und der letzte Punkt ist diese ganze Sache von Alltagsgegenständen oder Produkten, die nicht wirklich ein Problem lösen. Diese, ich sag immer, Bedarfsprodukte dazu. Also Produkte, die ich kaufe, wenn ich sie brauche. Es gibt nämlich einen Unterschied. Du kannst Produkte verkaufen, die man ja jederzeit kaufen kann. Also Impulskaufprodukte, die kaufe ich dann, wenn ich sage, hey, guck mal, das hat mich jetzt so gecatcht, das finde ich so cool. Wow, nehme ich einfach mit. Und dann gibt es zum anderen die Produkte, die du einfach nur kaufst, weil du sie brauchst. Keiner kauft, mein Lieblingsbeispiel, eine Knoblauchpresse. Einfach so, weil er sagt, oh, wie schöne Werbeanzeige. Jetzt kaufe ich das Ding hier, das hat mich total überzeugt. Sondern ich merke irgendwann, ich brauche eine Knoblauchpresse, dann gehe ich auf Amazon und suche mir die nächstbeste raus. die man halt nur kauft, wenn man sie braucht und dann wahrscheinlich noch einen Preis-Leistungs-Vergleich einstellt. Also es ist halt super schwierig, wenn du Produkte hast, die nicht so einen konkreten Wow-Effekt haben, die nicht diesen emotionalen Problemlöser haben, sondern die ich halt überall theoretisch bekommen könnte. Das ist wie, wenn du anfangen würdest, irgendwelche Cremes zu verkaufen, die es halt sonst irgendwo auch gibt. So, da ist halt, ja, warum sollte ich das jetzt bei dir machen? Und das ist ganz, ganz häufig, gerade bei diesen deutschen Lieferanten, dass die häufig solche Produkte eben haben in diesem Bereich, dass die irgendwie Messer verkaufen oder sowas, wo du gar nichts Spezielles draus machen kannst, weil du musst dich ja irgendwie ein bisschen abheben, dafür, dass jemand, der gerade hier irgendwie durch Facebook oder durch Instagram am Scrollen ist oder durch TikTok, dass er sich dann denkt, oh, jetzt schlage ich Abo zu. Und wenn das halt ein Produkt ist, was er überall bekommen würde, was ihn nicht catcht, dann schaut er, ah, erst mal gar nicht deine Werbeanzeige. Das heißt, du wirst ganz, ganz schlechte Klickraten haben und so weiter. Wird er natürlich auch nicht kaufen werden bei dir, weil, naja, warum sollte er auch, wenn das Produkt ist, überall gibt es, ne? Also deswegen, da auch bitte vorsichtig sein beziehungsweise da aufpassen, dass du dich auch in gewisser Weise vom Produkt abhebst und mit dem Produkt abhebst. Produkt ist, du weißt es, wenn du ein bisschen länger zuschaust, einfach das Fundament von deinem Business. Du kannst alles schön und toll drauf aufbauen. Du kannst das schöne Haus, schönste Haus könntest du aufbauen, die tollsten Fenster einbauen. Das ist nichts, wenn das Fundament bei dir wackelig ist und dann irgendwann einstürzt, ne? Weil du eben nicht das richtige Produkt hast, dann war alles, was du draufgesetzt hast, völlig umsonst. Deswegen, Produktsuche super wichtig. Du hast jetzt viele Kriterien von mir mit auf den Weg bekommen. Wenn du jetzt gerne lernen möchtest, wie man genau richtig Produkte sucht, auf was man da noch weiter zu achten hat und wie man auch richtig gute Produkte findet, dann melde dich bei uns einfach auf econventures.de für ein vollkommen kostenloses Erstgespräch. In diesem Erstgespräch werden wir gemeinsam eine Strategie ausarbeiten, wie du es auch schaffen kannst, einen hoch profitablen Dropshipping-Shop zu starten, beziehungsweise wie du auch für dich richtig Produkte suchen kannst. Bis dahin bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir hören uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.